Prasarita Pada Parivrita Utkatasana ist eine Form des drehenden Stuhls bei gespreizten Beinen. Kindra zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die aufgerichtete Stehhaltung Tadasana. Von hier gib die Füße auseinander, vielleicht einen halben Meter weit auseinander und dann beuge die Knie so weit, wie du kannst und dabei noch die Fersen am Boden halten kannst. Dann drehe dich etwas zur Seite und winde dann einen Arm unter den Oberschenkel hindurch und fasse mit der anderen Hand auf die Hand Namaskar Mudra und drehe dich so. Schaue dabei hoch zur Decke. Die Stellung ist ziemlich anstrengend, weil du gleichzeitig Gesäß-Oberschenkelmuskeln anspannen musst und dabei dich drehen willst. Eine schöne Stellung für Stärkung von Quadrizeps Gluteus Maximus und auch für die Stärkung der Drehmuskeln im Rücken.